Ich bin so stolz auf mich, meine Güte, bin ich heute wieder schlau, meine Güte. Schauen wir mal, ob wir sie kriegen können, also ich weiß, der eine ist Survivor Rang 1, das wird ein bisschen tricky werden, glaube ich, der spielt sogar, glaube ich, echt gut und bei dem Rest muss ich mal gucken, das kriegen wir schon hin, gucken wir mal, erst mal haben wir jetzt gerade hier einen Ladabalkensimulator, das ist auch was Schönes. Dad, schieb die nicht aus, richtig frech. Auf der Karte, hmm. Dann drehen wir hier mal ein bisschen den Zwerg auf. Gehen wir mal los und suchen dich. Das ist echt fett, ne? Ja. Okay. Ja. Wie. Wie. dann gehe ich jetzt auf jeden fall erst mal jagen das ist immer so schön situation ich glaube erst mal einem haken hast ich ja 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 Baller hat er schon meinen Chef, den Dings weggenommen, okay. Gucken wir mal. Den will ich eng haben. Also er spielt gut, aber nicht so gut. Wollen wir nämlich jetzt Infinite Loop, ne? Nein, nein, nein. Er weiß genau, dass er nichts machen kann. Ich hätte ihn eigentlich droppen sollen. Hätte ich mitrechnen müssen, aber ich wusste nicht, was er für ein Spielstil hat. Das ist das Problem. Das war jetzt gerade ein bisschen ärgerlich. Der ist aber noch nicht weit. So, okay. Einer ist da. Aber ja, der ist tot. Da kann ich schon tot dran schreiben. Okay. 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 Er muss halt noch einen Generator machen, um die Lupe zu finden. Soll ich ihn zu Lupe bringen? Komm, komm ich bring ihn zu Lupe. Können wir heute nicht so sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020